so hat sie kommt zurück und ich hatte eine kurze pause ich musste mich mal nach wie vor kein plan was mit dem safe abgeht es ist eine uhr drauf und uhren sind hier im haus ohne ende aber keine zeit ging wie zehn gar nicht und so und 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 Äh, äh, aha. Zehn. Zehn? Was? Zehn? Ich geh jetzt mal hoch, ich versuch jetzt mal was. Platz haben wir in der Inventar, okay. Drei. Äh, Blitzeinschlag. Warte, was war hier? Warte, was war hier? War nicht hier die Zehn? Ich geh jetzt Zehn. Dein Ernst jetzt? Ich bin so dumm. Ohne Witz. 38. 43. 38. Zehn. 10. Ach, das wird ein Mathe-Rätsel. Yay! 13. 10 plus 33 ist 43. 14. Er war... 33. Hier auch, so. Bam. 5. 5. Was für Zahl war da? 38. 15. Ja. Passt er doch da. Das denn jetzt schon wieder. Das heißt, ich muss die auch noch abhängen. Bumm. Wackel, wackel. Schön, bla bla. Zahl. 25. Sehbar. 25? Nee, das passt doch nicht. Nee, warte. Das ist... 68. Oh, mein Kopf lässt wieder nach. Oh, mein Kopf. Wow. Oh. Was war hier mal runter? Ah. 13. Da kommt hier die Olle hin. So. Dann ist hier die andere. So. Oder? Oh, Lichter flackern. Rein. Ah. Grüße. Böhrchen? Hey, das... Ich wollt grad sagen, der Rauch sieht aus wie ein Alien. Äh. Ja, easy. Okay. Was ist das da? Was ist das denn? Okay. Feuer zeich. Götl. Feuer zeich. Wollen wir mit was anzünden? Nein. Ach was. Ganz so schlauer Mensch. Ich hab' den Prinz verholt. Ja, weiter... Ui, 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 ui. Weiter gib dir auch deine Beobachterskafe ein gutes Bild ab. Eii, ui, ui. Achso, hier sehen wir jetzt nichts. Oh, gerade? Irgendwann gerade. Wir laufen gerade im Kreis. Ah, easy. Bam, bitch. Tsch, das ist wirklich... Ich hätt' so gern mal so... Okay. Ich hätt' sogar mal so ein Feuerzeug. Das sieht richtig nice aus irgendwie. Wir laufen wieder im Kreis. Jetzt in einen anderen Kreis. Ah, ha, 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 ha. Hallo? So zieh'n Labe. Uua... Ach Gott, come on. Das war so absehbar. Ha, 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 ha. Shit, damn it. Ich kann ja auch auf der Hauptroute bleiben scheinbar. Ich hätte echt gerne so ein Feuerzeug Das Ding ist echt nice Da schreit er Hopi, ich komme Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein Was darf ich mit meinem toten Opa War das jetzt, links oder rechts? Ich komme hier nahe Wieden nie wieder raus Junge Ich wunderte halt eben, dass er uns nichts tut Ja, jetzt gehen wir rechts, hab ich es verstanden Ich wunderte so krank, dass er uns nichts tut Da steht es auch so vor dir Was war es? Bissi strange In der Box Dammit, bitch Voll in die Falle reingelaufen Ah, ja Das war jetzt Das ist jetzt aber Großmutter, oder? Wir finden halt nichts Das habe ich gemacht Ja Du siehst so vor dir nach außen Gehen wir raus jetzt Uff Junge, wie viel Kreuz hier rumfliegen Flatsch, 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 flatsch Yo Bissi was aufgegangen hier, ne? Ich werde noch haben Okay, das war einfach nur auf die Zeit beeinflusst Yo, wohin geht's? Ein Roadsch Vielleicht Wie... Wie Wie Ki Am Hier Denkrag. Ist das auch schon lüriks? Nein. Grüß, Silly. 1953. Sorry. RyanCraft. Das ist so fast, wenn du wirst, quasi das Endgame und sowas. Aber nee, wir hätten auch viel zu viele Rätsel zu lösen. Dass wir jetzt aufs Endgame rin hinkommen. This place seems abandoned. Wenn wir schon rechts-links schauen, wenn wir. Jupiter's Cathedral. Die gibt's aber, oder? Ja genau, was machst du eigentlich? Nein, was? Nein, ich raus, rein! Ach, boah. Das geht um, wenn wir wegnehmen. Das geht um, wenn wir wegnehmen. Oh, bisschen. Oh. Oh, bisschen. Leben wir noch? Hallo? Hallo? Wir leben noch scheinbar. Okay, easy. Ich kletter runter und sind auf dem Dachboden. Nice. Ähm, ja. Ah. Mhm. Mhm. 2022. Haben wir noch das Feuerzeug? Nee, haben wir nicht. Nee. Ach, Mann. Das Feuerzeug war nice. 1987. 2022. 1987. Und jetzt? Oh. Oh. 1951. Grüße. Hallöchen! Ja dann! Holy Bibel! Können wir mit Fotos runterlaufen? Nein, das klickt ja ziemlich stark aber. Hm? Geht! 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 Ich wieder grad was nicht, oder? Und Jumpscare! The color of death, the color of wine, the color of Jesus's blood. Was that the bell I heard at the graveyard? Yellow Maze. Gerade, links, gerade. Okay, we have an Kerzenständer jetzt. Also, we're just not there. We're just not there. We're just not there. Ah, nee. Ich bin einfach nur dumm. Denkt mir das jetzt was? Nee. Ich bin einfach nur dumm. Ich bin einfach nur dumm. Ich bin einfach nur dumm. Los. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, okay, okay Wer baut sowas Beschissenes oder wird's heilige Scheiße? Und ich Architekt hat das befehlt! Oh Gott! Links, rechts, gerade, rechts, links, links, gerade, rechts Hat man das früher echt so beschissen gemacht? Out! Alles da, alles da Ah! Das war's. Bis zum nächsten Mal.